Ein Ausweis-Rucksack. Okay. Da ist nur ein Baby-Phone drinnen. Oh. Was lustig ist, ich hab das Baby schon lange nicht mehr gehört. Hab ich überhaupt ein Kind? Weiß nicht. Ich bin dein Kind! Papa! Hahaha. Die vom Fenster weg. Was ist denn? Ich bin gar nicht umliegt. Das ist aber auch scheiße, wenn die uns einfach nur töten müssen. Wenn die einfach einen Helikopter hierher fliegen und es niedermetze. Ich weiß nicht, ob die das wirklich können. Du hast ja gesehen, was passiert ist. Wir haben mit den Raketen drauf geschossen und es ist nicht wirklich was passiert. Außerdem dürfen die Helikopter nicht benutzen. Wir haben mit den Scheibenwäffern. Wie sieht es aus mit den Scheibenwäffern? Ja. Ja, machen. Ich bin noch im ersten Stock. Ja. Ich bin noch im ersten Stock. Mach alle wieder aus. Sind schon wieder aus. Sind nur die beiden. Nein, vorne ist auch noch an. Was ist denn? Ich kann nicht erkennen. Patrick, jetzt hast du damit Waffe mit der Helikopter. Kann man ihnen funken? Ich glaube die landen am Dach Tun sie Ich check die Leiter Position beibehalten Wo ist der Patrick? Achtung Lend Stopp, 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 Stopp Lend Fuck wir haben einen verloren Wir haben den Leiter mal verloren Fuck hier auf den Eingang Ich schmeiß CS Gas runter Ja mach ich hau ihn Ich verbinde ihn und so Ich bin jetzt beschossen oder Das ist gut. Ist er wieder? Ja? Ja. Ist wieder da, los. Ich kann nicht laufen, ich kann nicht laufen. Warte, 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 warte. Steff, komm zurück. Ja, ja, ich bin da. Deck ab, deck ab. Ja, was soll ich abdecken? Dön die Treppe bewachen. Ja, mach ich doch. Na ja, na gut, weitermachen. Marcel, kommen. Weißt du, wo ist denn der? Marcel? Marcel? Marcel, kommen. Oh, wer heißt denn der? Scheiße. Igel. Igel, stimmt. Igel, kommen. Warte mal, ich funke ihn. Zeig ihm, der soll sich den Dicken-Dedekopper holen. Igel von Delta. Igel von Delta. Holen Sie sich den Kampfschaubber und auf mein Befehl reißen Sie das Gebäude nieder. Ich glaube, Sie schmeißen uns Sprengzeugen. Das schaffen die nie. Ach, nö, komm schon, Hilfe. Jetzt ist er ausgetimt und nicht. So. Ich mach doch die Treppe ab, Mann. Hier ist eine Leiter. Ich kann immer noch nicht laufen. Oh, oh. Wippschen. Ich bleib da, die sprengen sich irgendwann selbst in die Luft. Hast du dem Marcel jetzt Bescheid gesagt? Ja, hab ich, aber ich hab keine Rückmeldung bekommen. Geben, weg da. Weg da, weg da, weg da. Egel. Egel hier spricht Delta. Sie holen sich jetzt den Kampfschaubber und auf mein Kommando reißen Sie das Gebäude nieder. Ja, wir leben noch. Hörst du uns? Marcel, den Kampfschaubber macht ja alles kaputt. Fuck, ich bin verletzt. Patrick. Patrick. wir müssen hier weg die machen das haus platz können sie nicht wir können uns töten denn ein paar sollten draußen sein zu sich ich glaube wir haben den hubschrauber verloren ich bin einfach nur auf dem falschen kanal 58 immer noch oder egel hier deltacom das dafür verpissen uns aus dem haus K�chen! Geben Sie sich! Falsch auf Armys! Hehehe Es sind zu viel Leid, das zählt noch arm Sie haben viel besseres aufgleichen als Sie Du musst eben aufpassen, warte Die Mauer Okay Hilfchen, Sie haben geburt! Hehehe UGH Igel hier Delta Igel hier Delta Igel auf Fall auf Fall Patrick, der Helikopter gehört dir. Ich werde gleich einen neuen Treffpunkt durchgeben. Oh mein Gott. Darf ich auch feuern? Dein SMG-Hambi, den holen wir uns dann den Helikopter rum. Ja. Wo ist Gotham? Abgeschlossen. Ihr könnt euch lauter machen, Leute. Abgeschlossen, abgeschlossen. Ey, wie kann der abgeschlossen sein? Das ist der KI-Hambi. Achso. Pech, egal. Darf ich schießen? Auch mit Patrick, oder? Auf den Helikopter. Mit HIDP, ja. Geht aufs Dach. 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 BITTSCHIESSS BITTSCHIESSS Hast du gerade wirklich den ELE gekillt? Und ich hab's auf Band BITTSCHIESS Meisterschütze Christoph meldet sich zu Dienst Ja, ich hab's schon getroffen Mit der LAW, mit der LAW Aber die leben noch Leider Die sind im Helikopter sind tot, das können wir mal Ja, das war nur einer Das war nur einer Jetzt erobert die unserer Gemeinde zurück Alter Schwede Wir räuchern die jetzt aus Moment ich werfe HITP Achtung Gasmaske Ja, das muss noch Okay Halt durch die 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 der Halt durch die Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das war's für heute. Hallo?